willkommen einen neuen video auf meinem kenne ich zeige euch heute hier wie schnell kreuzmann können zudem schauen wir uns die schauern spcs an welche sich meiner meinung nach am meisten lohnen und dann würde ich sagen gehen wir rein heute auch eine verlosung am start die bis ende des monats gehen wenn ich mit 50er psn oder xbox karte verlosen was sie dafür machen müsste ist eigentlich relativ einfach ihr müsst nur abonnent sein und hashtag 50 also hashtag und dann 50 er dann wird seid ihr in der verlosung dabei das müsst ihr in irgendein video ihr könnt es auch mehrere videos reinschreiben kommentieren dann seid ihr dabei wenn wir sagen stand im video auch rein geht's so freunde schaut noch sehr gerne bei meinem neuen partner you seven bei vorbei und mit dem rabattcode alex 96 spart die nummer fünf prozent auf jeden einkauf wer interesse hat link ist in der video beschreibung schaut sehr gerne vorbei freunde und dann würde ich sagen starten wir ins aktuelle video ab geht's so freunde starten wir hier mit den showdowns wie ich mache das jetzt hier über gut bin ist eigentlich für mich leichter heute auch gut bin das video zu machen weil ich euch die preise zeigt was sie einkaufen können zudem sehen wir hier die ganzen spcs was wir abgeben müssen ist eigentlich relativ gut wie ich finde wir haben einmal hier ein tiago silvanel da kommt fifa 14 flashbacks natürlich hoch muss man natürlich sagen ja sehr sehr geile karte werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen kost 250.000 das einfach so die die fifa 14 fifa 13 gespielt haben mit kille killini totti und da silva totti das waren einfach maschinen die hat man einfach beide gezockt das war so eine geile maschine der silva bei ac milan der war richtig geil deswegen wir nehme ich auf jeden fall mit ein sehr sehr nice karte preis ist meiner meinung nach völlig in ordnung premier league spieler innen verteidiger brasilianer und meiner meinung nach haben die brasilianer auch sehr sehr gute möglichkeiten das ding zu gewinnen deswegen diese karte kriegt auf jeden fall ein jahr von mir du musst ein sechsen achtscher sieben achtscher team glaube ich abgeben ja ihr seht das ist glaube ich ein sieben achtscher team gucken wir mal kurz ja ein sieben achtscher team geht aber klar ein sieben achtscher und drei achtscher team geht eigentlich klar wie ich finde freunde das kann man sich schon gönnen wer darauf bock hat wie gesagt ich werde auf jeden fall mitnehmen so von der nächste ist der gute angel korea ja der geht gerne angeln ich war es der ist natürlich bei argentinien am start man muss sagen argentin leichte außenseiter bei diesem duel deswegen ich würde euch die karte ja nicht empfehlen außer ihr habt mess hier braucht einen guten mann flügelspieler der könnte theoretisch überall spielen preis ist okay mit 200.000 für so eine karte der ordentliche space hat gutes dribbling google passwerte also ist ein allrounder kannst du wahrscheinlich im zentrum wie auf den außenbahnen spielen ist okay ist jetzt aber kein den man unbedingt machen muss sollte klar sein jetzt kommen noch zu den zwei anderen wo ich sag ja braucht man die wirklich ja freunde das erste ist der chochino bei dem denke ich auch dass sie gewinnen werden ihr seht die kosten beide ungefähr 160.000 ja wenn ihr natürlich den tiaco silver mitnehmen könnt ihr theoretisch den chochino damit perfekt verlinken das vielleicht die einzige überlegung diese karte mitzunehmen oder wenn ihr italiener seid oder italien feiert könnt ihr die karte natürlich auch mitnehmen ist natürlich klar wie gesagt die karte sieht auf jeden fall nicht verkehrt aus aber ob man die aktuell braucht zum aktuellen zeitpunkt weiß ich nicht sag ich euch wie es ist der reis natürlich sieht auch relativ stabil aus als sechser muss man sagen sieht vielleicht defensiv sogar noch mal ein bisschen besser aus wie der chochino dafür der chochino natürlich bei einem passspiel und in der offensive viel viel besser sollte klar sein deswegen ja die karten wenn ihr bock drauf macht die ich würde jetzt nicht empfehlen den 1 0 ich sage würde weil er halt einfach fifa 17 fifa 17 fifa 14 fifa 13 liebe war der coole thiago silver den muss man eigentlich mitnehmen wer da gespielt hat er muss dem muss den mitnehmen das war eine absolute fucking maschine da so jetzt gehen wir noch ein anderes thema ein freunde ja hier der dicke erneu er ist mittlerweile auf dem markt gestern ihr seht das den gibt es mittlerweile gefühlt 20 mal auf markt vorher war 15 millionen immer instinkt jetzt gibt es ihn also wer sich eine erneuung moment können will ihr könnt euch ihn jetzt gönnen ich könnte mir theoretisch zwei mal sogar kaufen ja ihr seht dass die ganze zeit war der nicht auf dem markt 15 millionen gestern ist er getroppt wahrscheinlich weil jetzt viele sich den name gegönnt haben anders kann ich mir das nicht erklären ihr seht ihr kostet 5,6 millionen was ich echt preislich gut findet der hier hat ja die ganze 10 millionen gekostet der zom neymar und er kostet jetzt hier 5,6 millionen er hat da erst gefehlt die hatten die preis wenn ich auf 5,7 war keiner da dann war aber 6 millionen jetzt ist er sogar unter der preis wenn ich schon vorher haben die auf 10 millionen jetzt angepasst geht auf jeden fall klar sonst haben wir natürlich noch ein paar interessante karten bekommen sterling mit 55 einen mina zum erspielen also wer bock hat schauen wir uns natürlich auch noch schnell an diese karte hat auf jeden fall ordentliche werte premier league vielleicht kriegt ja pick fort noch eine karte wäre sehr sehr interessante ordentliche karte sieht auf jeden fall stabil aus gerade die defending werte sehen richtig wie ein icon gefühlt aus also die karte sieht schon geil aus muss man wirklich sagen vielleicht auch wer den rammes gemacht hat du hast die perfect link kannst rechtsverteidiger ruadado spielen hast du eine gute karte auf jeden fall wo du da verlinken kannst ja freunde die drei nachschlösen schon gut runter gegangen würde ich aber nicht empfehlen zu investieren ich würde erst empfehlen zu investieren ab so zwei zweieinhalb tausend die sind meiner meinung nach zu teuer auch die 84 sind wieder ein bisschen getroppt aber nicht so dass ich sagt einkaufen ich sag ja immer 6k 6k 4 nachtscher könnt ihr einkaufen die waren vorher bei 11k sind jetzt wieder auf 8k runter kauft ihr aber erst bei 6k bei 6k könnt ihr hier wirklich all in gehen in die ganzen 84 ist egal welchen könnt ihr einfach all in gehen dann macht ihr nichts verkehrt ich bin auch sicher also ich denke es mal sehr sehr wahrscheinlich dass am sonntag wieder eine dicke eiken sb sie kommt habe ich so in der vermutung deswegen könnten so karten dann natürlich wieder ansteigen könnt ihr natürlich mitnehmen auch 85 er könnte mitnehmen freunde für 11k bekommt man hier sehen die sind schon bei 12 und halt in so ein delit zum beispiel für 11k bekommt könnt ihr da all in gehen wie gesagt 11.000 85 er die gehen immer auf ihre 15 16.000 sogar bei guten sbc bis zu 20.000 macht die gar nichts verkehrt 86er würde ich euch empfehlen bei 17.000 einzukaufen die die sind eher unsympathisch muss man sagen weil die fast genauso viel kosten wie die 87 was ich nicht verstehe aber ja das siehst du dass die leute einfach die 86er kaufen statt die 87er wenn du hier den 78er navas für 23 bekommst kaufen manche lieber an silber für 21 oder einen barahn für 22 deswegen ja würde ich eher hier die 78 investieren wenn ich sogar als 20 21.000 sind machst du nichts verkehrt dann kannst du dann für fast 30k verkaufen da machst du nichts verkehrt mit mit diesen karten ja freunde die 88er würde ich euch empfehlen unter 24.000 münzen zu kaufen die 89er solltet ihr so für 28 29.000 kaufen da macht ihr nichts verkehrt wenn diese karte für diese preise bekommt 90er könnt ihr wenn ihr die 38 kommt und bekommt kaufen jetzt muss ich sagen zu ratings wo ich persönlich nicht einkaufen würde 91 und 29er ratings sind gestiegen verstehe ich nicht ihr seht das hier 91 50.000 92 60.000 jetzt kommen wir zu dem das verstehe ich einfach nicht ihr seht das hier drei monstern kostet auch 60.000 das heißt meiner meinung nach sind die 93 zu günstig und die 94 auch ich sehe dass die vier neuer sind gerade mal bei 70.000 also wenn man das sieht dass ein bravo der war vorher bei 48 49 auf 60k gestiegen ist stellt euch vor am sonntag kommt eine eke lässt bis sie mit guten rating ein lapaladu oder wie man auch immer ausspricht kann easy auf seinen 80k gehen oder sagen wir mal 75 also dass ihr hier 10 15k pro karte macht ist eigentlich relativ sicher wenn das kommt dass das kommt wenn es diese woche nicht kommt kommt es halt nächste woche sollte klar sind auch die 94 muss ich sagen finde ich völlig in ordnung bis 70.000 man hat das bei dieser karte gut gesehen da kam mir die eigene spc da war er hat der einzige 94 da war da war aber man kann ihn noch anschauen der restliche rating seh unter uninteressant wir schauen uns das mal an ja hier kamen die eiken spc also die kann mir immer sonntag muss man ja sagen hier freitag ist der auto text gegangen kommt natürlich auch noch dazu die karten sind dann noch in den text ist dann noch das ding wir sehen ja das schon war natürlich okay ihr seht das nicht so seht ihr das deshalb schon 5k hochgegangen dadurch dass der auto text war okay dank ist natürlich freitag samstag kam wahrscheinlich schon irgendeine dicke spc sonst wäre oder die haben gewonnen die haben wahrscheinlich gewonnen und sonntag kam die eiken spc dadurch ist er halt schon gut gestiegen muss man sagen er war sogar zwischenzeitlich bei um die 90.000 ja hier war die ganze zeit die eiken spc und ihr seht das danach ist er wieder getroppt also ihr seht diese karte ist jetzt bei 78.000 und die anderen sind billiger die anderen sind billiger einen sommer könnt ihr euch mitholen macht ihr nichts verkehrt wenn ihr euch stehen könnt wie gesagt ich gehe davon aus dass wir hier mindestens bei diesen 94 mindestens auf 80k mindestens er sogar vielleicht noch höher also 10 15 85 bis 90 k werden die erreichen wenn wir eine gute eiken spc sehen werden und auch so ein morata ist sogar relativ interessant 95 rating 90 k kann man theoretisch sogar mitnehmen ist auch relativ gut vom preis her ja ist natürlich gestiegen er war vorher auch relativ günstig ist diesen raus geflogen ist ein bisschen gefallen ist jetzt richtig gut gefallen deswegen die karte geht auf jeden fall eigentlich auch klar kann auch denn auf 110 gehen wenn natürlich hohes rating gefordert wird bei der eiken spc wo ich mir eigentlich relativ sicher bin freunde aber ich würde euch empfehlen in 3 94 94 zu investieren um halt die a7 888 so wie gesagt lasst die 91 und 92 auf jeden fall weg die lohnen sich nicht zu investieren wie gesagt die sind schon alle um 10k jeweils gestiegen macht keinen sinn wer ein lewandowski war bei 40 glatt ein bravo war bei unter 50 ist macht keinen sinn in diese karten da zu investieren investiert er in diese karten und in diese ich hoffe euch gefallen mit diesem video wenn ja lasst mir sehr gerne einen daumen hoch bei der ciao ciao besti tag mal im fall